Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der hilfreichen Tipps zu Guild Wars 2 auf gatenews.de. Ja, ich möchte euch heute wieder mit einem neuen Tipp beglücken, der zugegebenermaßen wahrscheinlich von den meisten schon gekannt wird, aber vielleicht doch dem einen oder anderen das Leben ein bisschen erleichtern könnte. Und zwar geht es dabei darum, Crafting Materials, also die Materialien wie Eisen, Mitril, Urikalkum oder Holz oder was auch immer euch sonst so einfällt, von unterwegs zu betrachten. Das heißt, dass ihr von unterwegs einen Einblick in eure eigene Bank bekommt, also beziehungsweise in die Crafting-Lager oder das Sammellager. Das Besondere dabei ist eigentlich, dass es gar nicht so besonders ist, nur vielen Leuten einfach diese Idee bisher noch nicht gekommen ist. Angenommen, ihr seid unterwegs und wollt euch, wie in meinem Farming-Video vorgestellt, Eisen sammeln und einen Daedrimor-Stahl-Barren craften. Und ihr seid gerade dabei, habt ein bisschen Eisen im Inventar und überlegt euch, hey, wie viel Eisen fehlt mir eigentlich noch, bis ich mir schlussendlich den Daedrimor-Barren craften kann. Und anstatt dafür jetzt nach Löwenstein zu reisen, ins Sammellager zu schauen und zu gucken, hey, wie viel Eisen habe ich, kann ich das Ganze auch von unterwegs machen. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist euer Händenmenü und den Bereich Handwerk. Und wenn ihr dann auf den entsprechenden Bereich scrollt, seht ihr, wie viele Materialien ihr eigentlich in eurer Bank habt. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel sechs gehärtete Lederstücke. Ich kann sehen, wie viele Holzplanken ich habe, wie viel Mitril, wie viel aber auch von den kleinen Crafting-Materialien, wie zum Beispiel Kupfer, Zinnbrocken oder was auch immer ich gerade so suche. Ihr braucht nur den entsprechend passenden Beruf und könnt von unterwegs schon sehen, wie viel Jute, Wollballen, Lederreste oder was auch immer ihr gerade in der Bank habt. Kein besonders einfallsreicher oder kein besonders schwieriger Tipp. Viele Leute werden es sich wahrscheinlich schon selbst gedacht haben, aber der ein oder andere da draußen wusste es vielleicht noch nicht, dass er das auch von unterwegs sehen kann. Und da habe ich überlegt, hey, machst du ein kleines Video dazu? Das habe ich hiermit getan. Wenn es euch geholfen hat, dann denkt ihr jetzt liken, denkt ihr jetzt abonnieren. Allgemein besucht ihr natürlich alle gehtnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020